Ja, war nicht so gut, aber egal. Das ist ja Neuland für mich gewesen so, vor Juroren und so zu singen quasi. Und das war, das war richtig geil. Dieter Boone, I love you so much. Ich hatte viermal ja, viermal ja, hallo, wie geil ist das so mit, das war so krass. Mike, danke, 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 danke. Ich war vorher noch nie auf einem Schiff und dann gleich auf so ein Schiff zu kommen, das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr vergessen. Und dann war ich plötzlich von mir selbst überrascht, dass ich da auf einmal so locker, leicht abgegangen bin. Also ich glaube, meine Mutter wird sich freuen, wenn sie das rauskriegt. Also das ist krass, weil ich gucke immer, der ist das und ich dachte mir so, wow, krass, wie das ist und so einfach alles und jetzt bin ich einfach dabei, das ist, ja, das ist krass. Ich glaube, eine goldene Zudel. Jetzt will ich es mal wissen, jetzt will ich einfach mal Ehe auf den Tisch legen und gucken, was geht. Ich glaube, bei DSDS freue ich mich am meisten darauf, Dieter Boone kennenzulernen. Das mag für manche komisch klingen. Ich würde gerne einen Partner bei DSDS kennenlernen, das wäre toll, also so ein Pärchen, so ein Homo-Pärchen bei DSDS, ich glaube, das gab es noch nie und ich wäre bereit dafür, das wäre toll. Jetzt, jetzt kannst du noch gut werden, so oder? Also, ja, ich spare mich auf alles, was kommt, glaube ich. Ciao.